Eva R. Luthier. Die Etui- und Kofferserie für höchste Ansprüche, speziell für den Geigenbau. Die Eva R. Luthier-Serie umfasst Etuis und Koffer für höchste Qualitätsansprüche mit erstklassigen, teils patentierten Features. Sie wurde in direkter Zusammenarbeit mit GeigenbauerInnen entwickelt, um ihre hochwertigen Instrumente adäquat in Schale zu werfen und sind auch exklusiv nur dort und nicht im sonstigen Fachhandel erhältlich. In das 2,16 Kilogramm leichte Viola Formedui passen Instrumente der Größen 13 bis 17 Zoll. Dafür sind im Wesentlichen zwei ganz besondere Features verantwortlich. Zum einen die mechanisch einstellbare Halsauflage, die vollständig im Hause Gewa entwickelt und patentiert wurde. Wir empfehlen, die Einstellung der Halsauflage fachgerecht in der Geigenbauwerkstatt durchzuführen. Zum anderen die ebenfalls eigens entwickelte und patentierte Schwebelagerung, durch die das Instrument noch besser geschützt ist. Die Konstruktion des Gehäuses entspricht vollständig der innovativen Gewa Air Shell Technology, die eine enorm hohe Bruchfestigkeit garantiert, da Stöße, ähnlich wie bei Automobilen, durch leichte Verformung absorbiert werden. Zusätzlich zu dieser Stabilität sorgt das spezielle Herstellungsverfahren für hocheffektive Isolation gegenüber Temperaturschwankungen und Witterung. Die rutschfeste Außenschale mit Soft-Touch-Feeling-Oberfläche für besonders angenehmes Handling sorgt durch den dezenten Grauton für einen edlen und neutralen Look. Die handgenähten Ledergriffe mit perforierter Oberfläche sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Die Innenseite des Etuis ist mit einem ultraleichten Designstoff bespannt, der über das Ökotex-Nachhaltigkeitszertifikat verfügt. Das bedeutet, dass hier nur umweltfreundliche Materialien wie Baumwolle, Myocell und Bambusviskose verwendet wurden. Selbstverständlich wird das Gewa Air Loutier Viola Format We in unseren Werkstätten im Vogtland aufwendig handgefertigt und ist damit made in Germany.